Ja, hallo, halli, 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 meine Freunde, herzlich willkommen, ja, hier bei einem kleinen Info, und zwar ist es soweit, seit August arbeiten wir schon dran, mit Simo-Welt, mit Astrakon, und natürlich am wichtigsten mit Weltenbauer, für eine Charity-Mission, die zu meinem Projekt passt. Ja, es gibt noch den 2. Dezember ein DSI zu erwerben, wo der komplette Erlös von Weltenbauer und Astrakon zusammen an die Deutsche Kindergrippstiftung geht, und ich bedanke mich recht herzlich, wir bauen eine Kindergrippsklinik auf, wie ihr auf den Bildern seht, und ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank an Weltenbauer, an Astrakon und natürlich auch mein Team, und bis zum nächsten Mal.